Dieser wunderschöne Ford Focus ST mit Performance Pack könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der kraftvolle Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Rundum finden sich besondere Styling-Elemente des ST. Abgedunkelscheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Alufelgen gibt es vergrößerte Bremsscheiben und rote Bremssättel. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze mit Lederstoffpolster bieten viel Komfort. Fussmatten und Einstiegszilleisten gehören dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem ST schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und heizbarer Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehörte auch ein Bluetooth SYNC 2 und Premium Sound von Sony. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem Kracher Ford Focus ST und seiner umfangreichen Ausstattung, wenn Sie immer viel Spass haben. Dieser leckere Bissen kommt mit zwei Jahren Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Sie beide listen, es sind ja noch ein Knife hochgeladen. Oh, gut. Untertitelung des ZDF, 2020